Was tun wir jetzt, Herr? Jetzt rufen wir zur Schlacht. Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Age of Conan. So, in der heutigen Folge werden wir mal die T2 machen. Und zwar den Wing 3. Also T2 Mitte sozusagen. Und ja, schauen wir doch mal, ob wir das gemeistert kriegen. Ist jetzt auch nicht so anspruchsvoll, aber anspruchsvoller wie T1 auf jeden Fall. Ich werde mal das Bildmarktergerät anmachen. Servus, Leute. So, und dann gehen wir doch da mal rein. Schauen wir mal, was uns denn dort drin erwartet. Ein paar fehlen ja noch. Ich glaube, vier Leute noch. Die müssten aber auch gleich kommen. Was ist das, was wir dann? Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich denke auch, dass diese Folge natürlich ein bisschen länger gehen wird jetzt, weil... Das Tocken ganz schön der Weg ist bis zum Boss. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, Ränder. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.